Ich bin am 12.08.1992 geboren. Jetzt bin ich 11 und vielleicht mache ich einen Film. Also, ich will, dass es ganz gut geht. Ich kann es eben auch noch geben. Jetzt du mir auf Beethoven-Schopper-Schumann-Liste reichen. Aber nicht gleich so. Noch? Ich liebe Mathematik. Ich liebe Wissenschaft. Oh, wow. Ich liebe Wissenschaft. Und ich liebe Geografie. Geografie ist manchmal sehr lustig, aber manchmal kann es ziemlich annoying. Ich liebe dich. Ich liebe Fußball sehr viel. Und ich mache es viel in meinem Zeitraum. Und wenn ich hier bin, ich mache es drei Stunden, aber in der Schule. Drei Stunden? Ja. Jesus. Du hast einen langen Tag. Ja. Ich liebe mich. Jetzt spielen ich Fußball-Manager. Und das ist ganz gut. Wie geht es? Also, du bist so ein Manager. Du hast auch so Börsen-Aktien. Du musst mit den Finanzen sehen, aber du musst auch Training organisieren und Transfer-Dealing machen. Also, es ist auch viel mit Geld zu tun. Ich würde gerne ein ganz guter Pianist sein. Weil, wenn du nicht so gut bist, dann verdienstst du auch nicht zu viel Geld für dich. Aber wenn du ganz, ganz, ganz gut bist, dann verdienstst du ganz viel. Und also, wenn ich zwanzig bin, also, ich habe mich schon noch in Albert Hall oder beim Festival Hall gesehen. Und ich werde mich schon noch in Berlin